Die Waffe! Schluss mit den Spielchen! Schluss mit den Spielchen! Schluss mit den Spielchen! Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir tausend Küsse. Tschüss, Baby! Leb wohl! Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur mir und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Das erste Mal hatte ich Mia's Verlust akzeptiert. Aber jetzt habe ich sie wieder verloren. Und die einzige andere Tür, die ich sehe, ist zu.